Die Firma Metrast ist ein österreichisches Familienunternehmen hier am Standort im Marz, im Burgenland. Wir haben hier die Zentrale und haben uns spezialisiert auf die Versorgung von Diabetikern. Wir sind Hersteller von Blutzuckermessgeräten, Teststreifen, alles was eben Diabetiker benötigen. Wir haben 55 Mitarbeiter hier am Standort und sind mittlerweile international tätig. In meinem Job ist mir ganz wichtig der persönliche Kontakt zu den Unternehmen, weil nur durch einen intensiven Informationsaustausch ist eine gute Personalvermittlung möglich. Wir arbeiten im AMS zusammen, weil das eine sehr kompetente und gute Einrichtung ist, die sich vor allem in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. Das AMS macht die Ausschreibung, die Vorauswahl und wir machen dann nur mehr die Endauswahl und können sehr schnell die benötigten Kosten besetzen und haben dadurch immer gute neue Mitarbeiter. Große Freude in meinem Beruf machen wir die Betriebsbesuche, weil so ein Betriebsbesuch immer ein bisschen was von Sendung mit der Maus hat, wo man bei den Betrieben von bis alles mitkriegt, die Entstehung von den Produkten. Und speziell bei der Firma MedTrust macht mir große Freude, dass sich das Unternehmen auf Situationen einlässt. Es gibt Chancen für ältere Personen, Personen mit einer Einschränkung, wo wir im Gegenzug die Unternehmer dann immer auch mit Förderung unterstützen.